Hallo und willkommen zurück bei... Ja, wir sind fast im Nacken von Tom Ryder, würde ich sagen. Also von Lara Croft natürlich. Und wir müssen zu den Wolfis. Und die Wolfis waren eigentlich da oben irgendwie. Ich weiß noch nicht so richtig. Wir können ja mal ein bisschen auf die Karte gucken, wie wir da hinkommen könnten. Wahrscheinlich irgendwie hier so hinten rum und dann. Aber ich wollte hier mal rüber, obwohl wir, glaube ich, davon kamen. Ich weiß gar nicht so richtig. Die hatten ja hier so ein bisschen was gefunden. Ich bin noch ein bisschen confused, weil... Alter, was ist das denn hier alles? Guck mal, da ist ja auch noch was. Da leuchtet es auch noch ganz krass. Wir müssen auf jeden Fall da hin, bin ich mal mit der festen Überzeugung. Dass wir gar nicht hier so hin müssen, sondern irgendwie... Okay, wenn wir jetzt hier so reinfallen, ne? Okay. Oh, wir können gar nicht. Doch, jetzt ja. Oh! Ich dachte, wer tief. Also das Wasser. War ja nicht so cool. Alter, hat die fett überlebt, ne? Guck mal, da oben. Da sind Sendepunkte oder so. Ich weiß ja nicht. Ich mach ja erstmal Licht an hier. Da müssen wir ein bisschen was sehen. Wo war denn jetzt hier das Leuchtebuch? Haben Sie hier irgend so ein Leuchtebuch gesehen? Ihr habt es ja auch gesehen, oder? Einfach, weil wir das können. Wir müssen das doch mal so machen. Kann ich die denn anzünden? Aber wir können jetzt hier... Ah, siehste. Weil wir schon mal die Fackel haben, können wir das ja wenigstens mal anzünden. Dann kommt hier das Küschchen runter. Boah, jetzt haben wir schon 300. Dann können wir auf jeden Fall das nächste Mal nochmal machen. So, was ist das denn hier? Erleuchtung. Aha. Ah, dann können wir hier die Fackel nicht nehmen. War so, ob ich hier Hühner gehört. Da ist noch eins. Aha. Da liegt ja unser Kumpel, ne? Aber ich will ehrlich gesagt, weil wir können ja die hier verfolgen. Aber das war es ja auch denn schon. Ne, das haben die aber ein bisschen, äh... Wo könnten wir denn... Juh, das regnet, ne? Ich weiß schon. Doch mal, lass uns nochmal die Fackel nehmen. Und wir könnten ja hier irgendwie so rüber. Alter. Sieht mir aber hier sehr nach, äh... Wie brennt ihr jetzt weg? Ah, vielleicht können wir das... Irgendwohin machen. Ach, bestimmt da ran, ne? Ist das nicht so? Moment. Oh. Ne, sowas nicht. Ne, der kann irgendwie hier nur... Oh Gott, ey. Ich kann hier nichts machen, ne? Ich dachte, wir können jetzt hier so dagegen oder sowas. Also... Ach, Mann, ey. Boah, wir können hier nichts machen. Schade eigentlich. Weil darüber müssen wir ja auch noch irgendwie... Ich dachte, wir können das hier anschubsen. Und dann geht es da so nach oben. Und dann kriegen wir wenigstens da die Küche. Aber können wir irgendwie nicht. Hm. Da müssen wir stupide echt dem Weg folgen. Von den bösen Wulfis. Wulfis. Und die waren ja... Halt! Stehen bleiben. Halt! Ha! Mein Fleisch. Meine Erfahrungspoints. Schmeckt wie Hühnchen. Ist auch ein Hühnchen. So. Die Frage ist nur... Wir waren ja hier schon mal oben. Und sind denn da rüber geschwungen. Ob das auch so geil war. Problem ist nur, dass wir jetzt wieder hier unten sind. Na gut. Aber wir können natürlich jetzt hier wieder... Nein! Äh! Was macht... Oh Gott, ey. Exakt dazu nichts. Ich will aber auch immer... Sprinten oder sowas reden. Äh, äh, drücken. Ey, sag mir nicht, daneben ist eine Treppe. Ach nee, da ist nur so ein Turbo-Balken. Ah, okay. Warte mal. Nee, 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 nee. Mach mal hoch. Kannst du ihn hier hoch machen? Achso, ich muss hier drücken. Okay. Okay, und wenn wir jetzt hier den Balken so gehen... Da könnten wir doch... Ach, da hätten wir auch so denn... Ihr konnt, okay. Aha. Und jetzt können wir hier so... Oh! Nee. Ich dachte, ich schaff das. Das ist aber ein bisschen blöd. Das ist echt ein bisschen blöd. Ich dachte, wir sind jetzt richtig cool. Na ja, richtig bekloppte ist jetzt, dass wir immer noch nicht weiter sind, ne? Also wir könnten von hier... Aber was bringt uns das da? Können wir jetzt hier meinetwegen so drauf machen? Hui! Können wir nur hier lang. Aber hier hätten wir da auch so hingekonnt, oder? Also wir haben auf jeden Fall Kiste gefunden, aber... Was war... Ah! Oh! Guck, einer, guck! Das hier muss einem US Marine gehört haben. Waren Sie in Truppenstärke auf der Insel oder war es nur eine Vorhut? Nee, weiß ich nicht. Also das ist die... Da steht Marine. Stehen diese Markierungen für verlorene Freunde oder getötete Feinde? Wie auch immer. Er brauchte einen Drink. Ja. Oder die Anzahl an Drinks, die er noch hat. Oh, ihr seht ja gar nichts, sehe ich gerade. Das ist aber wirklich mal ein bisschen... Pass mal auf. Ich versuche das mal jetzt in-game-mäßig höher zu machen. Ich sehe ja gerade... Ihr seht ja gar nichts. Das ist natürlich ein bisschen richtig doof. Nee, Moment. Wir müssen erst mal hier so ein bisschen, äh... Hier. Können wir das jetzt so hier? Ah! Und, mir ist aufgefallen, wenn ich hier schon mal im Menü bin, ne? Meine Kamera wahrscheinlich mal hier besser ist. Weil, ähm... Dann seht ihr auch ein bisschen. Guckt mal, jetzt seht ihr ein bisschen. Genauso viel wie ich. Mann, bin ich cool. Ist ja kein Wunder, dass ihr da nicht mitreden könnt, ne? So, das können wir ja... Ich wette, wir haben irgendwann Feuerpfeile. Ah, da. Okay. Kann ich hier denn noch irgendwas übersehen? Also hier können wir auf jeden Fall nichts machen. Wir gucken uns jetzt mal ein bisschen ruhiger um, wahrscheinlich. So, da wären wir da rübergekommen. Aber so kommen wir ja auch nach oben. Und dann sind wir hier. Okay, wir holen erst mal ne Fackel. Weil das so besser ist. So, bei der... Ne, bei welcher konnten wir das machen? Bei der hier? Konnte ich denn nicht gerade irgendwo ne Fackel? Ne. Hä? Oder noch hier unten? Ach, dann muss ich denn mit ner ganzen Fackel da nach oben rennen, oder wat? Ich dachte hier, du konntest doch hier ranstecken, da dein komisches Ding, oder nicht? Aber anscheinend ja nicht. Also da können wir auf jeden Fall rüberrutschen, ne? Dann sind wir da. Das ist ganz schön. Auf den Teil waren wir ja schon. Hier ist auch noch ein bisschen muh. Hier sind wir ja, denke ich mal, das letzte Mal ran gesprungen. Das hört sich hier so nach Hühnchen an, habt ihr das gehört? Okay, wir machen ja erst mal hier rüber. Da oben war ja auch noch ein Haus. Okay. Ne, dann scheint wirklich der einzige... Oh, Gott, oh Gott. Der einzige Weg zu sein, das war... Oh! Das wir hier wirklich rüber machen, aber ich... Was ist denn, wenn wir hier runterfallen mit dem Teil? Das würde natürlich nicht gehen. Aber wir könnten doch jetzt da oben lang. Da hatte ich mich bei Aufnahmebeginn irgendwie vertan, weil wir können ja jetzt hier noch... Hier so lang. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das jetzt so ein bisschen kaputter ist als davor. Oh, okay. Aber... Ich frage mich auch, wie kommen denn die Wölfe da hin? Das ist gut, dass wir da hinten kommen. Ganz ehrlich, bevor ich da rin gehe, gehe ich mal lieber hier hinten gucken, was denn so los ist. Wir sind nämlich... Ah, guck mal, da ist noch ein Einjanken-Geheimer. Gucken wir erst mal hier den Weg weiter. Aber ich glaube, hier viel Weg gibt es ja gar nicht. Er zeigt mir auf jeden Fall hier den... Gütigen. Was haben wir denn? Und nochmal, eins von... 15. Boah. Hier müssen wir noch so viel finden, das werden wir niemals finden, alles. Unzugängliches Grab. Okay. Oh, wie öde. Ja, können wir nur schmachen, ne? Wir werden hier, denke ich, mal rein stolzieren. Okay. Boah. Also, der Telefon klingelt schon, zumindest mal. Ich weiß nicht, warum es so komisch läuft, aber... wo ist der Mat göra alles? Heik? Ich sehe das nicht. Heik jetzt? Wo ist er denn? Hat der da drin'n, oder? was ja klar mit einer hand ich will nur den rucksack sonst nichts das ist doch eine kack falle hier kommt doch gleich kommt eine scheisse ne oh shit oh shit oh shit oh shit oh shit oh shit haben wir ja klar die lassen uns natürlich auch raus das machen die niemals nein ich habe die falsche er hat mich nein das gibt es doch gar nicht das gibt es doch gar nicht drei tasten drei tasten muss man drücken wenn ich verkacket immer wieder könnte ausrasten ich habe das am anfang so toll gemacht mann ich habe mir wirklich selber das war knapp die so barbarisch die frau ne die hat mehr eier als ich glaube ich auch wieder kommt jetzt noch einer aber das war doch nicht der wolfsrudel der war doch immer wolfsrudel gemeint oder ok kletterausrüstung haben wir immer noch nicht aber wir können jetzt hier runter rutschen wo ist die fackel verdammte axt wir hatten noch eine fackel blöde kuh wir können von da da und dann sind wir da drauf und dann moment moment ich habe ja hier mal so ein kleines richtig sonderliches ziel gegen denkt können doch von hier wir sind dran aha so und dann können wir doch von hier aha und hier leuchtet doch was ja mann sind wir krasse coole typioner ja was soll man machen wenn man cool ist ist man cool so so rot oh ja ja oh nicht schlecht wo lernt eine junge lady wie du denn solche Sachen In der Spätschicht in Ninebells? Gegen eine Scherbe ist ein Wolf gar nichts. Hey, du hast ihn. Gut gemacht. Also, ich nehme mal an, dass jemand damit hoch zum Funkturm soll? Naja, es ist die beste Chance, ein starkes Signal in alle Richtungen zu senden. Hör zu. Lava, dieser Notruf muss gesendet werden. Und ich kann jetzt mal eine Weile nicht klettern. Ja, ich hatte schon befürchtet, dass du das sagen würdest. Du schaffst das, Lava. Immerhin bist du eine Croft. Ich bin nicht diese Art von Croft. Doch bist du. Du weißt es nur noch nicht. Dann hoffen wir mal, dass ich schnell lerne. Bitte. Sei vorsichtig, Lara. Ja, sein Leben hängt ja auch von unseren ab. Ist ja logisch, ne? Aber ich würde gerne erst zum Lagerfeuer, bevor sie jetzt hier wieder total Kamikaze-Attacke macht. Du solltest die Axt erstmal an der Felswand da drüben ausprobieren. Alter, was wir halt können, wa? Guck mal. Alter! Wir können richtig viel klettern. Aber erstmal hier. Ganz ehrlich? Also das... Wie soll ich sagen? Die Eingeborenen, also dieser Kult ist ja weniger das Problem. Ich finde ja mehr die... Die Soldaten... Wie sind die schlimmer eigentlich? So, wir haben auf jeden Fall Ausrüstung. Was können wir da jetzt machen? Wir haben hier eine Ausrüstung. Das haben wir, ja? Pistole 155. Und den. Wieso 10%? Oh, da kommt doch so viel vom Bogen. Ja, da können wir hier ja... Ja, weil ich glaube, mit dem Bogen, da sollten wir erstmal ein bisschen Vollgas geben, ne? Und hier, das kostet ja richtig viel, ne? Salven-Modus. Ich weiß nicht, ob wir das schon brauchen. Aber hier, das kostet halt richtig viel. Muss noch auf jeden Fall ein bisschen was noch finden. Und sonst so, Fähigkeiten-Punkt. Da haben wir ja immer noch hier das Übliche. Und da würde ich einfach... Ne, das haben wir ja schon. Sammeln Sie zusätzliche Belohnung beim Plündern von Tierkadavern und Lebensmitteln. Aber ich will eigentlich Bergungsgut. Plünder von Tierkadavern erhalten Sie zusätzliche Bergungsgut. Ja, das klingt doch ganz geil. Aber ich glaube, Bergungsgut ist das, was am Ende uns immer fehlen wird. Okay, haben wir denn jetzt noch Tagebücher oder so? Außen, Fähigkeiten, Dokumente. Karte. Nö, nö, nö. Pass halt. Gut. Also, wir können es irgendwie an der Wand da ausprobieren, meinten sie. Dann machen wir das mal auch. Ich glaube... Okay, und was soll so schwer sein, wenn sie daran? Ist doch nur, dass wir jetzt noch mehrere Sachen machen können. Okay. Jetzt sind wir hier zum Beispiel auf dem Flügel. Ich würde ja ganz gerne... Weil sie ja eh schon sehr, sehr mutig ist, die junge Frau. Hier nochmal zum Kult rüber. Die Frage ist nur, wie ich da hinkomme. Zum Kult. Weil ich müsste ja irgendwie von da, vielleicht von hier denn... Sollte vielleicht nicht so allzu oft machen. Okay. Ja, jetzt sind wir ja wieder hier oben. Grab in der Nähe. Oh, falsch. Ich würde ja gerne jetzt... Vielleicht meinen die das hier unten einfach. Dass es hier so ein richtig schönes Grab gibt. Weiß nicht, was ich immer mache. Feste sie denn immer hier an der Seite? Nee. Dann ist das nur so... ...rein. Okay, das macht's ja wenigstens automatisch. Dann gucken wir uns das mal an hier, das Schöne. Ach du Kacke. Hm. Da hinten ist irgendwie Licht. Und das Dumme ist immer, da wo Licht ist... Da hat jemand das Licht auch angemacht. Dementsprechend... ...muss es hier welche geben. Er weiß ja nicht, wie wir das andere sehen, aber... Das ist ja nun mal so. Können wir hier nur hin? ...nö. Grab der Ungürdigen. Moin. Oh, hier können wir noch ein Lagerfeuer machen. Hier können wir Wäsche trocknen. Diese Option ist nicht verfügbar. Oh. Hier ist der... ...sehr... ...freudig nasse Ausgang. Hm. Vergoldete Figuren. Diener der Sonnenkönigin. Okay. Das sieht mir sehr wieder nach Rätselspass aus. Wir gucken hier erstmal in die Ecke. Es gibt keine Berichte über derartige Rituale im alten Yamatei. Naja, ich glaub auch nicht, dass das von damals ist. Ich glaub aber auch nicht, dass das von damals ist. So. Ich bin der Meinung... Oh, wir können überall hin, ne? Wir müssen das... Alter. Da leuchtet jetzt aber richtig. Wir müssen die zum Brenn kriegen, ne? So, die Frage ist, können wir hier irgendwas machen? Verbs. Schubs mal. Okay. Die gehen dann ziemlich weit nach oben. Könnten wir denn jetzt... Da ist eine Feuerschale auf jeden Fall. Hier ist zwar auch Feuer. Aber man kann ne Fackel nicht mit ne Kerze anmachen. Kann man nicht. So. Und jetzt können wir hier ran, ne? Okay. Oh, der ist anders gelaufen als gedacht. Den find ich ja unten. Ah, und dann geht er zurück. Okay. Okay. Na klar. So ein bisschen haben wir jetzt schon mal lokalisiert. Wie, wo, was. Und was, wie, wo. So, da geht's natürlich nicht rein. Warum denn auch? Und hier unten wird auch nichts sein. Okay. Hm. So, jetzt kommt es drauf an, dass wir unseren Job machen. Wenn ich jetzt hier so... Nee. Ich müsste ja da irgendwie ran. Und ich müsste was drauflegen. Ich steh'n runterkicke. Komm, wir machen das nochmal zusammen. Bam. Wie wär's denn, wenn ich den runterkicke und das dann schneller mache? Haha. Oh, der hat aber richtige Probleme. Es muss einen Weg geben, ihn nach oben zu ziehen. Ja, ja. Das ist schon logisch, Schätze. Aber ich muss das dann schneller machen, ne? Ja, ja. Genau. Gut. Ja, ja. Wieso komm ich... Aber wenn ich jetzt hier nur rauf mache... Oh, doch. Das funktioniert. Okay. 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 Jetzt ist der leichter oder kriege ich jetzt wirklich nur die Trophäen? Ich habe... Ich kriege gar nichts. Ich kriege ja gar nichts. Da war doch was drin oder nicht? Aber wozu sollen wir es denn jetzt leichter machen eigentlich? Alter. Okay. Na, jetzt muss es aber hier... Und jetzt ist es leichter und wir können da so schwingen, schwingen mäßig ran oder was? Jo, ist es. Okay. Locker. Locker von Hocker. Okay. Wie mag das da nicht, die Stelle ist? Puh, puh, pöse. Oh, kostenlose Erfahrungspunkte. Wie es mag. I love it. So, ziemlich gut. Die haben wir abgebrannt. Das könnte zu Ehren ihrer Priesterin gebaut worden sein. Unglaublich. Ah, das war es hier ja schon. Was denn das für eine Megakiste? Ach ja, ich bin ja auch nur hier. Alter. Ist das so viel Gold? Grab des unwürdigen Gemeisters. Kluges Köpfchen. Geil. Was? Bergdorf, Reliquienkarte, Belohnung ansehen? Schatzkarte? Ja. Gib mir. Gib mir die Schatzkarte. Nee, ich weiß ja, was gemeint ist. Aber Mädchen, alter, da ist alles voller Geholt. Nimm dir das Geholt mit. Bist du doof oder was? Profis. Okay, hier wäre die Fakke eh erloschen. Ja, ja. Machen wir. Ich würde doch sagen, beide können wir uns. Also, ich weiß nicht, ob der immer speichert denn danach, aber es könnte sein. Wir haben ja jetzt hier, guck mal, Ausrüstung haben wir wieder was dazu. Jetzt können wir auch mal Pistolen-Upgrade machen, weil hier haben wir ja nichts dazu. So, deswegen machen wir Pistole. Was würde ich da sagen? Salve können wir ja gar nicht. Abweiter ist ein Magazin. Belüfteter Schlitten. Eine Rückstoßkompensierung für die Präzision und Schaden erhöht. Ah. So, das können wir nicht. Und dann Schnellfeuermodus. Modifikation am Abzug erhöht die Schussfrequenz. Habt ihr das jetzt nicht gesehen? Ich muss ein bisschen aufstoßen. Ich würde das hier machen. Ich hoffe, ihr habt es nicht gesehen. So. Weil dann haben wir das nämlich schon mal. Und dann können wir nämlich hier noch einen Fähigkeitspoint machen. Und natürlich machen wir erstmal überleben. Was haben wir hier denn? Pfeile wiederfinden. Ja. Warum? Nee, eigentlich nicht. Ich habe kein Pfeilproblem. Wir machen erstmal das hier. Und dann ist gut. Und das können wir denn? Wiederfinden eine Pfeile. Rang 2 abgehärdet. Abgehärdet. Meistern sie zwei weitere Fähigkeiten um Rang 2. Achso. Den müssen wir dann wahrscheinlich bei den anderen Sändern noch ein bisschen investieren. In Tod und Mordschlag. Tod und Mord, jo. Ja. Aber das ist ja kein Problem. Das kriegen wir ja auch noch irgendwie hin. Das Ganze zu machen. Wir müssen ja jetzt nur hippe, hippe. Eigentlich nur noch raus. Hier ging es glaube ich jetzt gleich abwärts, ne? Hier laufen wir jetzt eigentlich nur ganz cool lang. Mir fällt gerade auf, wenn ich so rüber gucke. Ihr seht ja viel mehr als ich. Also zumindest ein bisschen mehr. Aber ist ja gar nicht so schlecht. Dann seht ihr hier schon die Scheiße ein bisschen rankommen. Drücken sie Tabulate, um die Belohnungsorte auf der Karte anzuzeigen. Was denn da? Oh. 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 Oh, guck mal. Wo ist denn das hier ganz am Anfang? Ist das hier ganz am Anfang? Ich glaube, das war ganz am Anfang. Also ein paar haben sie ja freigeschalten, ne? Cool. Ich wollte nur, dass er wach bleibt. Wenn wir hier schon so langsam durch die Höhle stolzieren. Ja. Ganz ehrlich, ich hätte mich halt gebrochen, ey. Das ist ja hier mindestens, also mehr als ein zweifacher der Höhe. Denn bei vier Meter knapp. Spring mal vier Meter da so raus, ne? Mach das mal. Und dann zeigt mir, dass du das schaffst. So, Wasserfall hoch. Ja, geh doch mal ein bisschen rum hier. Wie? Ach nee, Quatsch. Falsche Sicht. Ja, da können wir auf jeden Fall hoch. Und könnten wir nicht hier hinten auch noch irgendwie lang? Ah, war das nicht das mit den doofen Pendeln? Wie ist das hier eine mehr? Das Wolfsrudel hat ja schon getötet. Da kommt ja nichts mehr. Ich würde sagen, wir machen dann auch Folgenänder, ne? Weil? Wenn hier jetzt nichts mehr passiert. Oh, geh mal, was uns gleich erweitert. Erwartet. Erwartet. Jetzt sehen wir uns gleich an, ne? Bis zum nächsten Mal. Ciao.